LOL Surprise Chalet 95 Überraschungen ausgepackt So viel Schnee, die Party rockt Schlettsche fahren, Lichter an Die Party steigt und es schneit, so cool She lived, OMG, yeah! LOL Surprise Chalet LOL Surprise Chalet mit Schnee und exklusiver Familie LOL Surprise, Fluffy Peps Winterdisco süß versteckt 9 Überraschungen mit Fell Fluffy Peps, style sie zum Star Runter mit den Haaren, wer ist denn da? Wow, so cool! Tauscht es Fell? Aha, immer neue Styles Jetzt neu! LOL Surprise Fluffy Pads und Glitterglobes LOL, 2 in 1 Glampo Jetzt geht's los, auf Glamping-Tour Pack alles aus, Überraschung pur Lichter mit Hupen-Sound Grill dabei, alle gut gelaunt Schlafsack und auch KB Es verwandelt sich mit Laufsteg, so cool Ab in den Pool und die Fashion-Show beginnt LOL Surprise 2 in 1 Glampo Mit mehr als 55 Überraschungen und exklusiver LOL Puppe LOL Surprise OMG LOL Surprise Hier kommen sie, die großen Schwestern OMG Perfekte Stylen und super Look Coole Klamotten, Mega Stylen LOL Surprise OMG Here we go! Ich heiße Swag, verrückt mein Tag Cooler Style mit Fashion-Bag Hi-Neon-Licious, perfekte Styled Cooler Selfies Kleinigkeit LOL Surprise OMG Royal V mit tollem Haar Hier kommt sie, der Mega-Star Lady Diva Spotlight an Gib mir ein Mic, sie zeigt, was sie kann LOL Surprise OMG LOL Surprise Hier sind sie, LOLs große Schwänzern OMG LOL Surprise OMG Jetzt neu mit 20 Überraschungen und cooler Umkleide LOL Surprise OMG LOL 2 in 1 Glamper 2 in 1 Roadtrip rocks 55 Surprises 2 in 1 Bucks Headlights Beat the horn BBQ Grill and Corn Hey ho meine Freunde, ich mache gerade Glamping mit dem LOL Surprise 2 in 1 Glamper und ich muss euch unbedingt mein Schminkzimmer zeigen Davon träumt auch jedes Mädchen Ist der Herzspiegel nicht super schön? Ich habe hier vier verschiedene Schubladen und in jeder findest du was anderes zum Schminken Mein Schminkzimmer ist übrigens auch gleichzeitig mein Ankleidezimmer Hier findest du verschiedene Kleiderhaken für all deine LOL Kleider Mega praktisch Einen großen Spiegel findest du selbstverständlich auch in meinem Ankleidezimmer Ich möchte ja schließlich sehen können, wie ich gekleidet bin Das ist so toll hier Unglaublich, was sich alles im LOL Surprise 2 in 1 Glamper verbirgt, oder? Das Auto wird zur stylischen Handyhalterung mit einem eigenen DJ Set Außerdem kann es hupen und blinken Der 2 in 1 Glamper hat einen eigenen Grill an Bord Und wenn du nicht grillen willst, setzt du dich ins Café Ohne oder mit Fernseher Seid ihr ausgeschlafen, rutscht ihr einfach aus dem Kleidzimmer direkt in den Pool mit Licht Und macht eine coole Poolparty Eure eigene Fashion Show zeigt ihr auf dem Laufsteg Und davor macht ihr euch hübsch in eurem Schmink- und Ankleidezimmer Und das Beste ist In den 2 in 1 Glamper passen LOL Puppen in allen Größen Wollt ihr die Zimmer noch genauer sehen? Dann schaut euch am besten auch die anderen Videos an Bis gleich! Hallo meine Lieben, hier oben Ich mache gerade Glamping Und zwar mit meinem neuen LOL Surprise 2 in 1 Glamper Ich habe hier den Mega-Luxus Ihr glaubt nicht, was ich direkt unter meinem Bett habe Eine Rutsche! Wuhuhu! Jetzt bin ich auf jeden Fall wach Wenn das mal nicht Luxus ist Mein Pool hat sogar Licht Ich lade am besten sofort meine LOL-Mädels ein Und dann machen wir eine coole Poolparty Außerdem kann man noch den Laufsteg über den Pool ausfahren Und dann bei der Fashion Show quasi über dem Wasser schweben Den können dann natürlich auch eure OMG Fashion Dolls nutzen Das ist so cool, oder? Aber jetzt erstmal Zeit für Frühstück Wie das im 2 in 1 Glamper funktioniert, zeige ich euch im nächsten Video Es gibt noch so viel mehr zu entdecken in meinem LOL Surprise 2 in 1 Glamper Herzlich willkommen zurück in meinem 2 in 1 Glamper Auf meinem Glamping-Trip habe ich jetzt doch ein wenig Hunger bekommen Aber hier im LOL Surprise 2 in 1 Glamper habe ich sogar mein eigenes Kassé dabei Das ist so cool! Kommt mit, ich zeige es euch! Seht ihr die Tafel? Hier könnt ihr die Sticker aufkleben, die beim 2 in 1 Glamper dabei sind Ich finde dieses Foto hier von mir ganz cool Irgendwie fehlt noch was Ach ja, Tischsets! Die haben wir auch mit dabei Und das Essen darf natürlich auch nicht fehlen Keine Sorge, es ist noch genug für alle da Der Kühlschrank ist randvoll Jetzt habe ich Lust auf Fernsehen Zum Glück ist ein Fernseher bei den 55 Überraschungen im LOL Surprise 2 in 1 Glamper dabei Das ist mega cool! Klickt euch weiter durch die Videos Ihr glaubt nicht, was ich euch noch alles hier im LOL Surprise 2 in 1 Glamper zeigen werde Roadtrip Rocks, 55 Surprises 2 in 1 Box Headlights, beat the horn, BBQ, Grill & Corn Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid Ich mache gerade Glamping in meinem neuen LOL Surprise 2 in 1 Glamper Das hier ist übrigens mein Badezimmer Schaut mal da oben, da ist die Dusche Eine Toilette habe ich natürlich auch an Bord Ihr seht sie nicht? Könnt ihr auch nicht Sie ist nämlich versteckt Da ist sie! Und dann noch in meiner Lieblingsfarbe Irgendwie ist es mir gerade etwas zu eng hier drin Wir brauchen mehr Platz So ist es schon viel besser Jetzt habe ich auch ein Waschbecken Und das findet ihr hier Und jetzt kommt das Highlight Von meinem Badezimmer aus geht es für mich direkt auf den Laufsteg Hier ist sogar eine Drehscheibe eingebaut Hier passen nicht nur die LOL Puppen in meiner Größe Sondern auch unsere großen Schwestern Die LOL OMG Fashion Puppen Ist das nicht fantastisch? Jetzt kennt ihr schon einiges Was der LOL Surprise 2 in 1 Glamper zu bieten hat Aber das war noch lange nicht alles Der kann noch viel mehr Das zeige ich dir auch im nächsten Video Klick dich rein Hey Leute Ich bin so aufgeregt Ich muss euch unbedingt meinen neuen LOL Surprise 2 in 1 Glamper zeigen Der macht mega Spaß Und hat 55 Überraschungen Also los geht's Hallo Hier bin ich Auf dem Fahrersitz Passt mal auf Was das Auto kann Ist das cool? So weiß jeder sofort Dass ihr da seid Jetzt wird's richtig cool Ihr glaubt nicht Was ich mit dem Auto immer dabei habe Ein DJ Pult Ich lege mal zwei Platten für euch auf Das Auto ist übrigens gleichzeitig Eine richtig coole Ablage Für euer Handy Mega, oder? Kommt, wir schauen uns mal den Kofferraum an Ihr glaubt nicht, was sich darin versteckt Ein Grill Und für den Grillabend Ist auch alles in deinem 2 in 1 Glamper mit dabei Schaut euch unbedingt auch die anderen Videos noch an Ich muss euch unbedingt noch mehr zeigen Was der LOL Surprise 2 in 1 Glamper alles kann